Meine Damen und Herren, der Vorstand des HSV freut sich auch so ordentlich, dass es uns gelungen ist, Thorsten Fink davon zu überzeugen, dass Hamburg ein attraktiver Standort ist für einen Trainer, trotz unserer momentanen Situation. Wir haben volles Vertrauen in ihn. Wir stehen zu 100 Prozent hinter dieser Lösung und freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit ihm. Von Zeit zurück habe ich gesagt, ich will warten, wie sich die Trainer gefunden haben. Ich glaube, das Beste ist für den HSV. Jemand mit Leidenschaft, jemand, der Teamplayer ist, jemand, der Vision hat, die Philosophie über Fußball, der sehr gerne den Ball haben will in seiner Mannschaft und auch jemand, der eine sehr wichtige Eigenschaft hat, und das ist die Winner-Mentalität. Ich bin von der Mannschaft überzeugt, weil sonst würde ich nicht von einer Champions League Mannschaft wechseln, zu einer Mannschaft, die absteigen könnte. Weil ich glaube, dass ich ein bisschen Ahnung habe vom Fußball und ich deswegen gesehen habe, dass diese Mannschaft großartige Qualität hat und dass hier positiv gedacht wird. Wir wollen eine Message rüberbringen. Die Message bedeutet natürlich Spaß im Fußball. Die Leute sollen begeistert werden. Wir wollen die Leute begeistern, die ins Stadion kommen. Und wir wollen nicht, dass sie gelangweilt wieder gehen. Und am Ende, wenn wir das zeigen, werden wir auch erfolgreich sein. Ich glaube, dass es im Moment nicht angebracht ist, zu sagen, wir wollen jetzt Fünfter werden, Sechster werden und so weiter. Oder Achter. Wir wollen das nächste Spiel gewinnen. Das ist die Aufgabe. Ich kann einfach nicht verlieren. Das ist nun mal so. Dann wäre ich auch sauer. Dass ich mit Leidenschaft dabei bin, ist auch so. Natürlich habe ich jetzt jahrelang bei Klubs gespielt, die entweder um den Aufstieg mitgespielt haben oder die häufig die Spiele gewonnen haben. Das ist klar. Und wenn man bei Bayern lange war, wir wollten bei Bayern München einfach jedes Spiel gewinnen. Und es war egal, ob wir in Madrid gespielt haben. Es war uns egal. Und diese Mentalität müssen wir hier auch haben. Mir ist es wirklich egal, ob wir in Madrid spielen oder in Barcelona oder ob wir gegen einen kleineren Verein spielen. Wir wollen immer unser Spiel durchbringen. Wir wollen immer unsere Philosophie durchbringen. Und wir wollen immer frech auftreten und den Mannschaften zeigen, dass wir guten Fußball spielen können.